Werner-Voss-Straße 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 Die nächste Haltestelle ist Oldenburg-Amming. Die nächste Haltestelle ist Vokuma-Platz. Die nächste Haltestelle ist Vokuma. Die nächste Haltestelle ist Solbrückenstraße. Die nächste Haltestelle ist Vokuma-Platz. Die nächste Haltestelle ist Vokuma-Platz. Die nächste Haltestelle ist Rheinstraße. Die nächste Haltestelle ist Vokuma-Platz. Nächste Haltestelle ist Vokuma-Platz. Die 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 nächste Haltestelle ist Vokuma-Platz. Von Ketteler Straße. Nächste Hälfte Stelle ist Feldstraße. Nächste Hälfte Stelle ist Rheinstraße. Nächste Hälfte Stelle ist Feldstraße. 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 Nächste Hälfte Stelle ist Feldstraße.